Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich dachte mir halt, wie gesagt, ich vlogge mal wieder ein bisschen mehr. Ich bin auch mittlerweile schon wieder ungeschminkt und zu Hause. Ja, den Tag konnte ich leider nicht super viel mitfilmen, weil irgendwie wieder total viel war. Ich hatte erst vier Vorlesungen, davon ein Tutorium und danach, weil ich in der Fachschaft bin, habe ich mich noch mit ein paar Leuten aus der Fachschaft getroffen und dann haben wir halt so Buddy-Zeug gemacht. Also uns wurde jeweils immer so ein Buddy zugeordnet, um halt so ein bisschen in die Fachschaft auch gut reinzukommen und so. Und dann haben wir noch einen Kaffee getrunken. Genau, die Sonne auf jeden Fall und das wir da genossen. Denn demnächst soll das Wetter nicht so gut werden. Ich glaube nur so 17 Grad oder so. Und ich bin gerade dabei, Essen zu kochen und werde mich jetzt gleich nochmal raussetzen und dann wahrscheinlich Netflix schauen, weil ich irgendwie in letzter Zeit gar nicht dazu gekommen bin. Natürlich steht bald die Klausurenphase an, aber ich wollte mich damit da jetzt noch nicht so krass einschränken, sondern das Ganze noch ein bisschen so genießen, dass ich jetzt noch nicht so viel machen, also noch nicht so krass lernen muss und noch nicht so krass Druck habe. Genau, deswegen werde ich mich jetzt gleich raussetzen und dann besser Netflix schauen und aber auch schon ziemlich früh schlafen gehen, weil der morgige Tag wird auch total voll. Ich habe wieder vier Vorlesungen, aber diesmal komplett durch, also von 8.15 bis 15.15. Heute war ich noch für eine halbe oder eine Stunde circa der Bib. Und jetzt rede ich schon wieder viel zu viel. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Video. So, leider konnte ich nicht mehr mit filmen. Bei Ikea waren wir auch irgendwie so. Wie total in unserem Film. Also wir haben zum Mittag gegessen, aber ich habe vorher gar nicht erzählt, wo wir hingehen. Ja, ob wir jetzt lieber haben wir bei Ikea und danach bin ich nochmal in die Stadt, ganz kurz zu so einem Asia-Laden, anschließend noch zu Edeka, weil ich wollte mir Kidney-Bohnen holen und mir mal Kidney-Bohnen-Brownies backen, weil ich gehört habe, dass sie jetzt ziemlich lecker sein sollen. Deswegen ein kleines Experiment. Und da ich mir ja auch bei Ikea, ich kann euch mal ganz kurz zeigen, was ich bei Ikea gekauft habe. Ich habe mir eine Backform gekauft fürs Meal-Prepping. Eigentlich sind das Gewürzdosen, aber ich dachte, eigentlich kann man da ganz cool so Chia-Puddings reinmachen. Die sind auch, ich würde sagen, so groß wie meine Hand. Genau, einfach Chia-Puddings und dann kann man die ganz gut verwarnen. Man kann die auch gut mitnehmen, weil das sind so Drehverschlüsse. Und dann einfach nochmal einen Kochlöffel, weil der nur 1 Euro kostet. Und 2 Kochlöffel haben ist vielleicht besser als einer. Genau, dann habe ich mir noch Kidney-Bohnen und Kichererbsen gekauft. Dann habe ich mir noch 2 Packungen Udo-Nudels mitgenommen. Dann Sesam. Und ich werde mich da jetzt an dem Zeug setzen, was ich von zu Hause aus erledigen kann, weil ich das irgendwie die letzten Tage die ganze Zeit aufgeschoben habe. Und ja, das stört mich ein bisschen, aber deswegen mache ich das jetzt. Und ich war gerade auch total müde, deswegen wird jetzt mal noch ein Grit-Bull getrunken. So, ich habe die Brownies jetzt rausgeholt. Ja, sieht interessant aus. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich werde es erstmal abkühlen lassen und dann, ja, machen wir einen Taste-Test später. Ich schaue jetzt gerade nach Unterkünften auf Malta, weil wir jetzt planen, entweder zu zweit oder mit ein paar mehr Mädels in Urlaub zu fliegen. Im August, dann nach den Prüfungen. Also entweder nach Malta, Athen oder Lissabon. Aber ich würde sogar eher am ehesten für Malta stimmen. Und als zweites Athen. Fände ich auch echt nice. Ich war aber auch noch nicht in Lissabon, also wäre alles eigentlich ganz cool. Aber ja, einfach mal schauen, was wir so Gutes finden. Hello, guten Morgen. Wir haben schon wieder den nächsten Morgen. Man sieht, glaube ich, auch noch, dass ich ein bisschen müde bin. So fühle ich mich auch gerade noch. Ja, ich werde jetzt die Sachen, die ich gestern nicht abgewaschen habe. Also das ganze Geschirr werde ich abwaschen. Das habe ich mir auch eigentlich angewöhnt, dass ich alles immer, wenn ich abends noch gekocht habe oder so, oder irgendwas als Essen gemacht habe, dass ich das Geschirr immer schon abspüle. Dass morgens das, was ich direkt in den Tag starten kann und nicht mich noch um die ganzen alten Sachen kümmern kann. Oder muss. Also das ist auch so eine Sache, die zu diesem Alleineleben irgendwie dazugehört. Vor allem, wenn man keine Spülmaschine hat. Genau, dann werde ich noch die ganze Wäsche von gestern abhängen und einräumen. Und werde mir gleich dann Frühstück machen. Ich werde mir zum ersten Mal wieder seit längerem Porridge machen. Porridge mit Beeren. Und vielleicht ein bisschen Proteinpulver noch rein. Wobei ich irgendwie, glaube ich, versuchen will, das ganze Süßzeug, irgendwie Supplement-Zeug durch wirklich natürliche Ernährung zu ersetzen. Aber irgendwie gelingt mir das nicht so ganz. Deswegen mal gucken, was gleich daraus wird. Genau, und dann muss ich ab 10.30 Uhr arbeiten, bis 17.30 Uhr. So, ich habe mir jetzt noch ein paar Jahre alt und ein paar Jahre alt und ein paar Jahre alt und ein paar Jahre alt. So, ich habe mir jetzt mein Frühstück fertig gemacht und das werde ich jetzt essen. Wir haben jetzt gerade halb 10 und um 20 nach 10 muss ich los zur Arbeit. Bis dahin werde ich aber noch mich gleich ready machen müssen. Natürlich frühstücken. Und ich bin auch gerade dabei, die ganzen Dateien schon mal für dieses Video rüber zu ziehen. Und dann vielleicht schon ein bisschen anzufangen, es zu schneiden. Weil irgendwie schiebe ich es immer auf. Und dann im Endeffekt, das ist es total kacke. Also ich bin jetzt soweit fertig gemacht. Und ich dachte, wir können ja noch mal kurz zusammen die Brownies zusammen probieren. Also da haben wir die hier. So, ich muss auch noch ein bisschen mehr im Licht zeigen. Die sind eigentlich echt nicht schlecht aus. Und wie hat der Taste das? Schmeckt wirklich lecker. Und man muss bedenken, hier ist gar kein Mehl drin. Nicht schlecht. Würde ich auf jeden Fall nochmal neu machen. Ich dachte mir, weil ich ja jetzt total viel Zeit habe, mache ich jetzt einfach einen Kaffee und werde mich an meine Uni-Sachen begeben. Aber das habe ich auch gerade, glaube ich, schon gesagt. Gut Morgen und wir haben schon den nächsten Tag. Ja, gestern habe ich dann doch nicht mehr so viel gemacht. Ich habe mich hinterlegt und ich war so müde. Gestern war es sowieso Feiertag, also hätte ich sowieso nicht viel machen können. Heute werden wir aber jetzt, also jetzt gleich werde ich einkaufen gehen. Jetzt gerade 9 Uhr. Und ich muss noch zu Turm, weil ich muss endlich irgendwas kaufen, damit ich diese Pflanze umpflanzen kann. Ich habe ja schon Blumenerde gekauft, aber keinen Topf, so einen Plastiktopf, damit ich es umpflanzen kann. Und sonst habe ich überlegt, ob ich später nochmal ins Dates fahre, ins Einkaufszentrum. Weil das Wetter halt echt nicht gut ist, aber eigentlich brauche ich nicht unbedingt was. Und heute bleibe Make-up frei, damit meine Haut auch ein bisschen lüften kann. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gemeinsam einkaufen. Ich bin jetzt auch schon wieder zu Hause. Und ja, ich kann euch mal zeigen, was ich so alles gekauft habe. Und zwar ein Obst, einmal Plattfirsiche und eine Grapefruit. Dann haben wir noch Radieschen, so kleine Tomaten. Dann habe ich Tortilla-Wraps gekauft. Die Sachen haben gerade auf dem Boden stehen. Kartoffelbrot, ein Stückchen Ingwer. Und dann habe ich das gefunden. Ich wollte das mal ausprobieren. Dann habe ich noch eine große Tafel Zartplashoki gekauft. Und die wollte ich mal ausprobieren, weil die habe ich da gesehen, die war im Angebot bei Lidl. Genau, dann hatte ich den veganen Wurstaufstrich, eine Packung Blätterteig, einen Gouda. Das muss ich gleich auch nochmal hier alles rausnehmen. Dann habe ich noch Babyspinat, zwei Gurken, zweimal Lauchzwiebeln. Und in meinem für Tiefkühl habe ich noch Heidelbeeren, Erbsen und Mango gekauft. Und noch eine Sojamilch. Und dann die letzten Sachen habe ich nochmal Zitronen gekauft, Kartoffeln und Gatteln. Und jetzt haben wir auch schon halb eins und ich habe auch ziemlich Hunger. Ich habe auch heute Morgen ja nur diesen Smoothie getrunken. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jetzt abgefilmt hatte. Aber wie gesagt, ich habe einen Smoothie getrunken. Deswegen mache ich jetzt Mittagessen. So sieht es dann meistens immer aus, wenn ich kocht habe. Also der Backofen dann, das ganze Zeug. Und ich muss hier wirklich mal Platz schaffen. Auch diese zwei Herde, die sind meistens ein bisschen zu wenig. Aber das ist jetzt mein Mittagessen. Also machen wir Erbsen, Spinat, Reis, Fischstäbchen und Mayo. Und übrigens schaue ich gerade, beziehungsweise ich habe gerade mit der Serie erst angefangen. Chesapeake Shores. Ich liebe diese Serie. Also wirklich. Ich habe nach einer gesucht, die nicht so lang ist eigentlich. Und die man auch ganz entspannt nebenbei gucken kann. Aber leider hat diese Serie sechs Staffeln, glaube ich. Ja, egal. Dann dachte ich mir so, komm, egal. Why not? Ich bin ja jetzt im ersten Semester. Und irgendwie, das sagen super viele, dass man sich da gar nicht so stressen sollte. Und so alles so entspannt machen sollte. Und einfach schauen sollte. Weil die Prüfungen, die können nicht so schlimm sein. Das Ding ist, ich schreibe in drei Wochen sieben Prüfungen. Ich werde aber auch nochmal einen Vlog machen zum Prüfungsstress. Also wenn ich so kurz vor der Prüfung stehe. Und ja, dann habt ihr da nochmal ein bisschen mehr Einblicke rein. Wie das so als erstes ist. Und das ist schon, das ist so krass. In zwei Monaten ist das erste Semester einfach um. Dann kommen die Semesterferien, zweieinhalb Monate. Und dann bin ich einfach im zweiten Semester. Das ist so, wow. Ich will ja auch definitiv jetzt demnächst vielleicht eine Roomtour machen. Wobei ich momentan auch nicht so hundertprozentig zufrieden bin. Und ich werde wahrscheinlich nochmal ein Regal kaufen müssen. Weil ich für die Küche jetzt, ich habe ja mir einen Mixer gekauft. Der steht halt hier auf der Heizung. Und dann steht auch mein Toaster drauf. Und so, deswegen werde ich mir wahrscheinlich noch dieses Drahtregal von Ikea kaufen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Davon habe ich aber auch eine kleinere Version auch vorne stehen. Demnächst kommt dann wahrscheinlich auch noch irgendwann eine Roomtour. Wenn ich hundertprozentig happy bin mit allem, wie das alles ist. Genau, und jetzt lege ich mich wieder ins Bett und schaue weiter Netflix. So Freunde, jetzt ist endlich Zeit, diese Pflanze hier umzupflanzen. Ja, ich merke schon, wie trocken die auch ist. Jetzt habe ich das hier so ein bisschen ausgelegt. Will mich da gleich hinsetzen. Und dann legen wir los. So, ich habe jetzt auch einen Handschuh um. Und dann nehme ich das einfach für die Erde zum Reintour. Das ist dann der neue Topf. Also das stand schon die ganze Zeit drin. Aber die Pflanze muss aus dem Innentopf raus. Und das ist ganz wichtig, dass da dann was ist zum Ablaufen. Und dass falls ein bisschen zu viel Wasser drin ist, dass das dann das Ganze abfängt. Ich habe es vorher noch nie gemacht. Mal schauen, was draus wird. Ich hoffe wirklich, ich habe sie erfolgreich umgepflanzt. Ich denke aber, das werde ich spätestens dann in der Woche sehen, ob die sich dann auch so ein bisschen erholt hat. Und die gelben Stellen auch vor allem weg sind. Ja, mal schauen. Jetzt aber erstmal diesen ganzen Mess hier sauber machen. Ich hoffe, ich bekomme das weggesaugt. Wo ich das hinschmeißen soll, weiß ich noch nicht ganz genau. Weil ich habe keinen Kompostmüll. Das ist nur ein gelber Sack. Und da kommt Papier rein. Und sonst habe ich halt nur noch einen normalen Müll. Aber ja. Auf geht's arbeiten. Ich finde es richtig krass, dass wir jetzt schon Juni haben. Der 1. Juni. Fünf Monate sind schon um. Also ich bin jetzt auch wieder zurück von der Arbeit. Und ich bin komplett kaputt. Meine Knie tun extrem weh. Meine Beine tun weh. Ich bin jetzt froh, wenn ich mir jetzt gleich Essen mache. Und mich dann einfach wieder ins Bett schwingen kann. Und mich abschwingen kann. Und einfach nur gleich gucken kann. Ja, weil, also das ist... Ich weiß noch gar nicht, warum ich hier überhaupt stehe. Es ist einfach zu viel. Und ich merke halt auch momentan, dass mein Körper mehr Ruhe braucht. Weil ich einfach fertig bin. Ich bin echt kaputt von so kleinen Sachen. Und schlafe auch irgendwie gar nicht so gut. Deswegen, ich muss ein bisschen zurückfahren. Arbeiten war jetzt nicht so Bombe. Weil es ist halt nie was... Also es ist nichts los gewesen. Ich habe 5,90 Euro Trinkgeld gehabt. Von 5,42 Euro gerade für die Apotheke drauf gegangen sind. Ich versuche ein bisschen weniger auf mein Konto zu zugreifen. Und nur noch auf Bargeld. Was ich dann halt habe. Weil, as you know, Girl Math. Alles, was man Bargeld da hat und was man ausgibt, ist so als erstes nie da gewesen. Aber alles, was auf dem Konto ist, kannst du tracken. Deswegen, da gibt es auch wirklich noch was aus. Das ist Facts. Ich mache mir jetzt gleich, glaube ich, Chili Senkana. Und so Ofenstampfkartoffeln. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Dann lasse ich den Abend die ganze Zeit wieder ausklingen. Et voilà. Das haben wir da Chili Senkana mit noch Sesam und Lauchzwiebel getoppt. Und die Ofenkartoffeln. So, das soll sie mir jetzt schmecken. Ich habe es wohl verdient. Ich habe wirklich super Hunger. Und super Hunger auf was Selbstgemachtes, Vernünftiges. Ja, ich habe da jetzt richtig Bock drauf. So, guten Morgen. Wir haben Sonntag. Und ja, ich habe mich schon ready gemacht. Mich haben meine Spollklamotten gefetzt. Ich gehe jetzt laufen. Den Sonntag wollte ich mir nochmal komplett für mich nehmen. Und einfach nur entspannen. Später, so gegen 15, 16 Uhr, treffe ich mich noch mit ein paar Mädels. Und wir gehen Kaffee trinken. Ich werde jetzt vorher noch hier diese zwei Toastbrötchen mit Erdnussbutter und Marmelade reinbauen. Das sieht auch echt messy aus hier. Aber naja, das ist dann mein Pre-Workout-Essen. Ja, ich bin jetzt wieder zurück. Man sieht, ich war joggen oder ich habe irgendwas gemacht. Ja, also ich war jetzt, dreieinhalb Kilometer bin ich gejoggt. Und dann bin ich noch anderthalb Kilometer einfach gelaufen. Also am Anfang ein bisschen gelaufen oder gegangen. Und dann dreieinhalb Kilometer gejoggt. Und dann am Ende nochmal einen Kilometer ungefähr. Oder ein Stück einfach nach Hause. Also ich war ungefähr fünf Kilometer unterwegs. Wir wollen ja langsam wieder reinkommen. Aber ich habe gemerkt, dass ich halt total Knieschmerzen habe. Also nicht total, sondern zum Ende hin beim Joggen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist, das stört mich ein bisschen. Ich bin auf der Fall die rote Tomate. Egal, wie geht es, das machen wir durch die Dusche.